14? Wie alt ist man denn mit 14? Ich weiß nicht, was man da machen muss. Also wir dürfen nicht irgendwelche Sätze, die ja gleich stehen, nicht laut vorlesen. Ich soll eine Situation zeichnen oder was? Lass doch einfach mal rein starten und gucken. Beginne eine Geschichte. Nicht laut sagen. Was soll ich jetzt machen? Was soll ich machen? Schreib was rein, was der andere schreiben soll. Ach so. Okay, nochmal Quatsch. Was der andere schreiben soll. Was der andere malen soll. Ach so. Hä? Egal. Ich hab keine Ahnung. Hä, ich muss jetzt irgendwas malen hier. Was soll ich malen? Seht ihr das, was ich male gerade? Jeder malt für sich, glaube ich. Ich versteh es nicht. Ich weiß nicht, was wir machen müssen. Da steht doch ein Satz drüben. Das müsst ihr malen, Jungs. Hey, es gibt Zeit zu zeichnen und das musst du machen. Ach so. Und das muss ich zeichnen? Ja, genau. Boah, das ist doch eine super Zeichnung bei mir, ey. Ich glaube, bei mir kommt auch was richtig Geiles vor. Muss man dann den ganzen Satz gleich erraten, oder was? Wie soll man den ganzen Satz? Bei mir stand so ein Oberthema. Muss man dann dazu was schreiben. Man muss erst malen, was der da hingeschrieben hat, quasi. Ja. Also ich bin fertig. Ich auch. Ich auch. Es fehlt einer. Ich bin jetzt fertig. Gib hier, ach so. Deine drei Bespast. Jetzt, was du da siehst. Wie soll man denn genau? Wie willst du das eins zu eins hinbekommen? Wie schnell ist das weg? Edi auf dem. Was soll ich denn zeichnen? Du musst das zeichnen, was da da oben steht. Ja, was steht denn da? Was steht denn da? Ja, das darf er ja nicht sagen. Ja, okay. Das hat aber keinen Sinn, was bei mir steht. Ich weiß nicht, was ich da malen soll. Also ich glaube, der Mann, der das gezeichnet hat, war einfach gestrickt. Ich kann ja nicht mal ein Wort zeichnen in Skirbel. Wie soll ich denn hier einen Satz zeichnen? Das ergibt gar keinen Sinn. Mach mal jetzt. Start es jetzt. Start. Album von Sid. Ich habe keine Ahnung. Hast du das? Das musst du nicht zeichnen. Ja, aber das ist los. Das ist nicht beschwingend. Ja, guck mal. Was soll ich da zeichnen? Ja, da wurde auch nichts gesagt, was man schreit hat. Was ist los? Ich habe einfach geschrieben, was ist los? Das hat ja nie geraten. Das ist eine gute Zeichnung, ja. Sidney am Kacken. Ich dachte aber erst Travis Scott, ehrlich gesagt. Eins, du musst er das malen und der nächste... Ah, okay. Elders ist hier drinnen? Wie sich die Alli-Gella-Kappel trifft. No. Ah, wie Thor. Hey, geil. Geil. Was? Thor habe ich geschrieben. Das ist richtig, oder? Guck mal hier, meine Zeichnung. Was willst du denn? Das habe ich geschrieben. Da habe ich geschrieben. Das habe ich gemalt. Jetzt checke ich das. Das ist ein Thor. Das habe ich gemalt. Das ist ein Thor. Willis Album? Ne, wir haben Kacken. Achso, das warst du. Geile Zeichnung. Mit langen Gräten. Eli auf dem. Wie kann man denn da Eli schreiben? Hä? Eli auf dem. Ja, was soll ich da malen? Was soll ich da malen? Ich bin wirklich besser damit. Wie los? Digga, das ist voll das Scheitspiel. Lass mal was anderes spielen. Ich verstehe, das ist voll unbeständlich, das Spiel. Hilfe. Ich suche Hilfe. Ich suche Hilfe. Was? Wow. Digga, wow. Hey, ich fühle das gerade irgendwie. Ja, diese Story am Ende ist lustig. Weißt du, was Lost war? Elis Satz, zeig mal kurz. Schlaues Mädchen. Schau mal, habe ich. Guck mal. Junge Eli, das habe ich gemacht. Guck mal, wie ich mich angeschränkt habe. Warum machst du so einen Satz? Ich habe den Satz nicht abgegeben. Es war von vornherein. Hey, du hättest es doch schreiben können, oder? Boah, das sieht mir sehr gut. Du meinst gleich, wie ich male, Alter. Ich finde, ich habe das sehr gut gemalt im Gegensatz zu euch. Hä? Weihnachtsmann isst Kekse. Edus. Ach so. Ich habe gedacht, der bringt Geschenke. Der Mann brr. Der Mann brr. Der Mann brr. Jeder schreibt einen Satz. Erst mal ganz einfach. Dann kriegt einer von euch zufällig den Satz vom anderen. Der zeichnet den Satz. Dann schickt die Zeichnung ab. Ja, ich verstehe es langsam. Ich verstehe es langsam. Begin eine Geschichte. Jetzt kannst du einfach unten schreiben. Was soll ich denn schreiben? Irgendein Wort, oder? Ja, eine Geschichte. So zum Beispiel. Er, nee, am Fliegen. Keine Ahnung. Ah, nee, was schreibe ich? Ist richtig geschrieben? Ach so. Okay. Hä? Digga. Ich war zu langsam. Ich auch nicht. Das ist so ein Scheiß, Mann. Digga. Wer hat das? Seid ihr verrückt? Ey, wie lange wollt ihr denn was reinzuschreiben? Ja, ich wollte was cooles schreiben. Also ich finde, das ist gut gezeichnet. Ich finde, das ist so. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Einfach was da steht. Ja, kann man falsch verstehen eventuell? Kann man eventuell falsch verstehen? Kann man eventuell falsch verstehen? Also das ist schon Quatsch, finde ich gerade hier. Ja, also. Kann man drauf kommen. Was das denn? Wer das war, ist respektlos. Sag ich euch so wie es ist. Ja, ich weiß nicht, was sollte es sein. Es ist was mit Pain. Was ist das, Mann? Hä? Hä? Ich hab dann... Ja, ich weiß es nicht. Was? Ich kann doch nicht mal verstehen, was eigentlich geht, Mann. Oh, okay. Ohne Sinn. Also wer auch immer der Clown hier war. Witzig. Ja, das ist mit dem Hals, ne? Was safest du denn? Sehr gut. Auch sehr gut von mir. Auch sehr, sehr gut. Sehr viel besser geht es gar nicht, Chat. Bei mir auch, ehrlich. So viele Details. Wer das hinbekommt, kann mal Danke sagen. Sehr viel besser geht es bei mir gar nicht. Ähm... Was soll das grün sein? Was ist denn das? Was ist denn das hier? Ich hab keine Zeit, Chat. Sie müssen einfach mitdenken. Ich hab keine Kraft jetzt so vor die Zeitstermine zu machen. Ja, ich weiß nicht. Das ist... Mir fällt die Farm. Ich hab keine... Ich hab keine Kraft. Ja, doch. Doch. Okay, okay, okay. Ich bin zufrieden. Keine Ahnung, Digga. Oh, Sydney. Okay. Ja, das war ich. Ja. Hab ich erkannt. Ja, gleich. Yeah. Perfekt. Hä? So schlecht war das nicht. So schlecht war das nicht. Ja, ich wollte schreiben, Digga. Oha. Oha. Sehr gut, Eldos. Ich bin gerade FIFA 2. FIFA Loch. Ja, Digga. Ich dachte jetzt gerade, das ist jemand, der jetzt gerade live ist. Achso, einer gibt die Zeichnung. Da bin ich fertig geworden. Sydney gibt das Wort vor und alle zeichnen. Okay, jetzt kommt Payne's Wort. Willi, wie er Payne's roten Panzer vorhanden hat. Du bist so hässlich. Junge, da hab ich gedacht, das ist so schwer, also... Man müsste die... Man müsste die... Man müsste die Dingens... Junge, wie willst du denn da drauf kommen? Payne kassiert Disco, dann kann man wie gut. War sein Hals? Payne kassiert... Oha! Guck, er wollte schreiben und ich muss... Ich war dabei, ich schwöre, ich wollte schreiben Payne kassiert. Das ist Payne. Ich hab Payne gezeichnet. Ja, ja, ja. Hast du's gesehen, oder, Illi? Kann man einstellen, dass man mehr Zeit hat? Oh, nice. Handy wie Raphael. Also, bei Willi hat's nicht mal für den ganzen Satz gereicht. Genau. Weil ich's geändert hab, aber man weiß genau. Auch geil, da auch nicht. Miskus-Fan! Payne's Heils. Mal gucken. Danke für den Körperbau, ja. Ey. Nächster Döner. Oh Gott, Dig. Jetzt hab ich Bock auf Döner dran. Jetzt Meisterwerk. Boah! Oh Gott, du! Guck mal, der Kevin... Boah! Digga, das ist ganz nass. Guck mal's Chitney an! Ey, Billy, wir haben gleich gedacht. Wir haben gleich gedacht, Willi. Ehhhh. Ah, Illi. Ja, genau. Das hab ich auch, Illi. Illi, Gute Schimmel schon da. Gute Schimmel schon da. Gute Schimmel schon da. Nice. Ich hoffe, ich seh breit aus. Ey. Ey, mi ist gut! Wie darfst du denn darüber? Ich steh dran. Oha, guck mal, was ich geschrieben hab. Ich weiß, was ich geraten hab. Oha! Oha! Nee, ey, das. Nee, ey, das blaue Haare. Ganz verschieden. Von Erne zu Guerreiro, Alter. Rosa Kängurus. Ja, das ist Kacke. Kreativ, ja? Ja, okay. Das ist Kängurus. Ein Weib mit Tieren. Ey, ein Weib mit Tieren. Ja, nee. Ein Weib mit Tieren ist gut. Es ist egal. Junge, was ist das denn? Ja, das ist echt. Oha! GG! Ich kann nicht mehr, ey. Ey, ich find das ist aber lustig am Ende, Mann. Ich find das auch gut. Okay. Du kannst ja gar nicht gewinnen oder verlieren. Ich hab halt so ne zittrige Hand. Gut gemacht. Sehr gut gemacht, Chat. Sehr gut gemacht. Ja, Alter. Ist schwer. Keine Ahnung, wer das ist. Ach du. War nicht so schlecht, Chat. Okay, fühl ich, fühl ich. Oh nein! Ich kann so schlecht in der dritten Dimension sozusagen mal. Ja, also. Ja, also. Chat. Nicht so schlecht. Nicht so schlecht. Mit viel Fantasie-Chat. Das mit save ich. Edi beim... Ah, okay. Das ist zum Beispiel Lost. Ich glaub ich hab's. Ihr malt in so einer coolen Dimension. Das find ich voll krass. Ich kann mir gar nicht das alles so vorschauen. Ich hab's. Ich hab's. Oh, Digga, was ist das denn? Okay, ich hab was. Ich zauber jetzt extra für ihn. Chat. Ja, Digga. Screenshot bitte von dem, was ich jetzt mache. Gute Zeichnung. Gute Zeichnung, Chat. Kann mir niemand was, kann mir niemand was sagen. Redet Eldos mit euch? Ja, du hast ihn gemutet. Nein, hab ich ihn nicht. Er hat mich gemutet, dieses Opferkind. Boah, Eldos hat dich gemutet. Schön, nicht? Boah, stimmt, er sagt ja. Ich hatte keine Zeit, sonst wär da noch was viel krasseres gekommen. Okay. Ende geht es. Nackenkissen fällt einfach so scheiße. Ja, weil man eine scheiße malen kann. Ja, was soll ich malen? Ja, so zu dem nicht, wenn man das dumm malen kann. Ja. 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 Ja, wie gut kann Pay malen. Warte. Warte, für seinen Stuhlbox. Was? Boah, Bodenlohn. Ja, keine Rolex-Kronen X. Aquarium einziger als einziger. Das wollte ich als erstes erzählen. Das musste ich jetzt mal. Oha, gut, Sidney. Ja, das war sehr einfach. 1,79. Edi spielt FIFA. Ach, geil. Oha. Ja, aber dann war's zu Ende. Warum bist du so klein, Willi? Ja, so sieht Edi halt aus. So sieht ich aus beim Spielen, Jack. Sidney und Willi Löwen. Hä? Was ist denn für ein Satz, Willi? Ja, nicht gut. Wie ist gut. Guck mal, wie klein du bist. Hä? Ja, moin. Ja, weil er der Löwe ist und ihr beiden... Nein, ey, das ist ein kleiner Löw. Wow, ah, Ernee. Nichts gut. Ey, Ernee. Ernee nach KFC. Ich hab das gemalt. Nein. Komm, wie gut wir das alle malen. Boah, das brennt. Ernee, du bist nicht KFC. Oha, wie gut. Ach, geil. Ja, war gut gemeint, oder Ernee? Ja, soll ich mal nach Geld kommen? Ey, oha, Sidney, GG. Ja, gut gemeint. Und so... Man, Edi, wie schreckt. Ja, ich... Digga, was soll ich dazu... Es bin drauf gekommen. Ehh. 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 Und was, wir gibt's Snap? Oh, oh. Oh, oh. Hilfe! Guck mal, jetzt ist die Zeichnung, Alter. Oha, naja, geht, 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 geht. Hab ich auch so gesehen. Neuer Held. Neuer Held. War sehr schwer, nee, war sehr schwer. Manu Neuer, siehst du, Willi ist doch draufgekommen. Willi ist doch draufgekommen. Wie ist er draufgekommen? Wegen dem Zeichen auf der Brust, was er gemacht hat. Du hast schlechter als ich gesehen. Das ist Manu Neuer. Hilfe, wie gut haben wir ein paar gezeichnet? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.